Hey Leute, Willkommen zurück zu We Happy Few. Ich habe jetzt mal kurz hier Pause gemacht, weil ich habe gerade die Entzugs- oder beziehungsweise die Überdosiserscheinungen von Joy und ich habe alles hier voller Würmer gekotzt eben. Du leidest unter Gedächtnisverlust wegen landzeitigen Freudesmissbrauchs. Du solltest dich eine Weile verstecken, vielleicht, sonst eignen sich die Leute über dich. Bis die Freude nachlässt, ist dein Ausdauer, ja ich habe es gerade nicht mehr lesen Ach du Scheiße, da bin ich jetzt beeinträchtigt du. Kann ich denn noch einkaufen oder sind jetzt alle böse auf mich? Hallo. Oh, ich habe hier gar keine Ausdauer, wirklich nichts hier. Wie sah der denn aus? Boah, wir gucken uns mal die Leute ganz kurz an. Oh, ich will gerade... Alter. Boah, sind die gruselig, die Augen leuchten. Okay, das ist hier echt ein Horrortrip. Hallo. Hallo. Ich will noch mehr reinfahren. Warte mal, ich glaube, jetzt wird es der Diem. Das ist so krass, du. Hier. Gedächtnisverlust, erschöpft, erschöpft, alles, alles scheiße. Kann ich da was, kann ich was essen oder ist das jetzt auch wieder gleich draußen? Hm. Oh noch, das kann ich. Ich kann noch was zu mir nehmen, das ist gut. Ah, mein Freund. Du siehst echt gruselig aus. Kann man ein paar Teeblätter, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses... Warte mal, ich kann mir noch... Ich ziehe mir noch ein bisschen mehr rein jetzt. Halt deine Fresse. Ja, ich weiß, ich weiß, mich nicht mehr hat das wirklich auch. Was ist deine Fresse, dann? Okay, schöner Tag für's. Ich dachte, ich kann mir die Sachen hier angucken, aber es ist, dass sie auch alles zugestellt haben. Die kann das halt nicht mehr in den hinteren Bereich rein. Metallrohr, Werkbank... Oh, Werkbankaufrusssatz. Ich bräuchte immer was für das, äh, Chemielabor, oder? Oder nicht? Die ist doch gruseliger als die... Als der Turkey. Da sagt man so Turkey, wenn man auf dem Zug ist. Hallo? Shop? Ähm... Reitstiefel. Ist halt nur für den Schutz, aber ich mein... Ihr habt ja gesehen, wie gut ich eigentlich zurechtkomme mit meinen Sachen. Die werden vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Die fortschrittlichen... Alles mir. Hat gut Geld gekostet. Hm, eine. Eins, aber nur. Ja? Mama, ich will noch so ein Werkzeug aufholen. Ähm, wir nehmen den Satz. Ja? Nein? M-m. Ind. Verrückt hier. Irgendwie läuft's... Das läuft ein bisschen schneller gerade alles. Vielleicht bin ich auch auf Joy über Dosis. Weißt ihr denn so ein dummer An... Hier. Da. Nee. Bessere Joy. Freude-Kabine. Ein Arschbrot. Orange Bread. Das ist ein Nettel. Jetzt. Du willst ein Nettel essen, oder? Das ist ein Nettel, oder? Das ist ein Nettel, oder? Das ist ein Nettel. Ich werde nämlich blöd oder ich seh die Freude-Zelle hier nicht. Das muss dann... Die Freude-Kabine. Das muss dann hinten dran sein, hinter dem Gebäude. Komm, wie geht's hier hin? Lalalala. Ich muss halt schlafen. Ich mein... Was? Musst du... Wie? Ich... Ich... Ich will aber verwenden. Ich will, ich will. Ich zeig euch nochmal den Horrortrip, wenn ich erstmal so richtig schon abkotze. Das ist wunderbar. Hm. Hm. We're life for noise. Papa Joy. Ja, gönn dir mal so richtig schön ab. Gönn dir mal so richtig. Hm. Ach komm, weißt du, ich geh eigentlich jetzt... Ich geh mal ins... ins Haus und trinke ein bisschen Wasser. Das geht auf jeden Fall schneller, als jedes Mal in diese blöde Kabine zu steigen. Soll ich mir mal vorstellen, in unserer Zeit sagen sie schon, die... Die Regierung, die Pakt des Drogen ins Wasser, dass wir gefügsam sind. Und hier machen sie es halt wirklich. Ja. Raubel lässt grüßen, ne? Ah, hier. Ah, schön. Gib dir. Guck mal. Ah nein, jetzt kurz die Schmetterlinge. Warte. Wir machen weiter. Ja, immer mehr. Komm. Ich dachte halt wirklich, das ist dann permanent was Negatives. Soll ich zum Beispiel... Ja, was weiß ich, in meinem Kopf waren es halt Skillpunkte, die man permanent verliert. Kann ja passieren, oder? Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Das wäre extrem hardcore. Es gibt ja auch den Iron Man Modus hier. Komm noch mehr. Mehr, 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 mehr Arthur. Du musst immer mehr. Wenn du denkst, das ist genug, dann musst du noch mehr. Also mehr als mehr geht nicht, ja? Auf alle, ich zeige es euch mal mit der Pille. Habe ich hier so einen Downer? Zufällig. Hier. Ne, das bekämpft die Seuche. Mist. Ja, weil diese, diese Dauder Pillen, die ich kaufen konnte beim... Ich hole mir die jetzt mal aber gleich beim... beim Heeler hier. Bei dem kann man nämlich, äh... schön lesen, dass das nicht die Nebenwirkungen beeinflusst, die ich hier bekomme, wenn ich mich überdosiere. Machen, ne. Gehe ich jetzt echt mal weg. Den kann ich auch weglegen. Scheiß auf diesen blöden Anzug. Der bringt mir doch gar nichts, oder? Ich kann diese Fehler nicht ablegen. Ist das was besonderes? Ah, Fertigungsbestand. Moment, was? Ja, möchte ich. Aber warum geht das so und nicht, wenn ich es anklicke? Na, ist egal. Habe ich denn... Ich habe doch eine Kentin. Leute, ich... Ich glaube, ich werde bekloppt. Ich habe hier eine Kentin und er macht es nicht. Guck mal, Behälter aus Haaren füllen. Er macht das nicht. Arthur, du wirst mich echt verarschen. Ich habe hier... Ich habe hier eine leere Feldflasche und du machst das nicht. Guck mal, er macht es nicht voll. Arthur, du bist ein Arschloch. Haha, sorry. Ich habe jetzt nicht... Nein, nein, nein. Und ich kann nicht schlafen. Ist das jetzt alles wegen dem blöden Entzug hier oder was? Das ist ja die einfachsten Aufgaben. Aber ich meine, zum Schlafen gehört es ja nicht viel. Das können sogar dumme Leute. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss warten, bis das weg ist so. Ein bisschen. Ach, ja. Ja, und ihr so. Alles gut bei euch. Habt natürlich ganz einen neuen Trailer gesehen von den Spielen auf der Gamescom, die es da gab. Ich kann halt nichts mehr. Ist so blöd. Oh, jetzt. Uiuiuiui. Snugg is a bug on a drug. Snugg is a bug on a drug. So, jetzt muss ich mal noch mehr trinken. Komm. Jetzt könnte ich dich auch wieder voll machen. Ja, sowas ist halt bei den einfachsten Aufgaben gemeint. Komm, trink. Achtung. Jetzt. Aaaaahhhh. Geh natürlich mal raus und feier das jetzt ein bisschen mit den, mit den Bobbys und mit den Menschen hier. Ne, die sind gar nicht mehr da. Oh, die Augen. Warum leuchten die Augen eigentlich jetzt? Auch von jedem. Also auch von den Figuren hier. Ist der Mund irgendwie anders? Der Himmel. Ach du Scheiße. Ist das creepy? Ich komme mir vor wie so ein Tim Burton Film hier mit dem ganzen Kringelst du. ha 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 guck mal der hat rote augen helfen sie mir bitte kannst du mir ich kann mich nicht verstecken sagt er dann geht erstmal schlafen du bist so eine pfeife oh nein ich kann nicht die suchen wo kann ich jetzt wieder danke ich lege mich erstmal ins bettchen aber jetzt habt ihr es gibt wirklich einen horrortrip leute es gibt wirklich einen horrortrip ich finde es krass was also was wo weiter lauschen wo ach man habe ich es echt verpasst hier gerade miteinander getuschelt das war doch das hier warum wird es jetzt hier gut ist das abend ne es ist halt abend na gut ich würde mir was zu essen rein pfeifen glaube ich und zu trinken schlaf ist jetzt nicht so wichtig aber noch mal jetzt hier ich weiß ich sage das sehr oft mit der alpha oder halt mit der early da gab es viel mehr sachen also ich bin halt wirklich paar mal gestorben weil ich nichts gegessen habe zum beispiel ich muss ja die bank oder wenn man also zwei sachen hatte die einen killen konnten also wir in dem fall jetzt essen trinken es ging ratzfatz man war so schnell tot leute also arthur hat wohl nicht mal einen tag durchgehalten ohne da ich ein bisschen lächerlich ist weil ja jeder mensch durchhalten eigentlich na gut dann mache ich das aber ganz schnell das holm was denn das ist auf jeden fall schneller ich möchte auch disneyland aber nicht das coole disneyland sondern das in russland kennt ihr das ich habe hier so sachen raus ich weiß auch nicht warum ich mich auf einmal daran erinnere schaut euch mal wirklich das russische disneyland an ich weiß gar nicht ob es das ist was ich jetzt genau meine china auf jeden fall wollten die asiaten irgendwann mal disneyland nachbauen aber das wurde nie fertig weil es auch viel zu teuer war das konnten die sich halt dann irgendwie wohl nicht erlauben und es oh gott er krampft schon wieder global funktionen sofort und das sieht so verdammt gruselig aus die puppen sind glaube ich eigentlich richtig bemalt und die sind alles ein bisschen von der sonne schon sieh mal so sieht es aus übrigens wenn der nebel sich nachts ausbreitet hier der giftnebel nein ich nehme keine gasmaske mit er kann das auch so ganz gut ab also ich will hier ein bisschen lebensenergie wenn ich du dich renne aber ganz ehrlich pfeift drauf da guck mal das ist halt nichts man sieht es nicht mal in der lebensenergie oder bienchen wo sind meine bienchen man hätte bienchen gehört die sieht man glaube ich aber auch auf der karte übrigens die ist nur ich gehe mal weiter ich will gar nicht wissen über was ihr gerade redet was ihr darum diskutiert oh mein gott die sind alle solchen opfer wenn es nicht englisch ist dann nimmt die beine in die hand hieß es lauschen ah ok wo muss heute die stelle wieder i didn't know if i would i hope you didn't get in trouble no i've become a super liar actually is that a bruise no oh oh that haha it's sold the garden district isn't a walk in the park you know how's your wife don't know probably quite happy she's very careful to take her joy i'm sure she's already forgotten why i'm not in the kitchen making tea later she'll wonder if i've gone on holiday i'm sorry she was in the mob that chased me you know i think by the end of it she couldn't even remember who they were all chasing do you ever wonder if every day eric every day but things are the way they are that's rather tragic really i seem to have had awful timing boah das ist doch richtig widerlich oder ich weiß immer noch nicht mit der pille wo ich sie jetzt herbekommen soll vielleicht irgendwo in der stadt oder als rezept irgendwann mal in der nächsten zeit oder halt auch nicht oh was war das ah vogelbeeren wie los ach das war das grüß das war unheimlich wenn das keine innereien als würden die hier so einen hexensabbat boah tanzen wie der boden bewertet das ganze ja ich hab mich schlimmeres vorstellen ah auch die hab ich schon das mit den lilien der teich ja was aber brauche ich jetzt überhaupt noch lilienzwiebeln ich meine es war keine dabei dann brauche ich sie wohl auch nicht mehr weil da stand ja fertigungszutaten ich hab bis jetzt noch nichts mit bauen können ja das ist so bedrohlich hier oh gas oder war das was anderes aber man merkt halt gar nicht dass ich zu müde bin oder es ist passiert einfach gar nichts jetzt mit ihm also so also wie gesagt ich fand es in der alpha eigentlich cooler ich weiß nicht ob man es hier mit dem schweren super super schweren modus wieder hinkriegt ich spiele eigentlich schon auf schwer ich spiele eigentlich schon auf schwer bitte kann ich hier michalien entsorgen du bringst die fische um ach welche fische fünfköpfigen Hiroshima Fische oder oh biogefahr und thomas cram sprechen oh da sitzt ja wirklich einer ich fühle mich ich fühle mich nicht du würdest du eine antiseptische Bandage haben würdest du? oh mein grad nicht ne oh anscheinend ekelt mich so ein bisschen ein Geruch schon oder was nein das ist das Gas ich werde noch ganz kurz zur Grabung ich muss jetzt halt mal schnell die Grabungsstellen abrennen dass ich sie nicht immer wieder vor Augen habe ja und da werde ich mir erstmal den Typ hier vornehmen gleich antiseptischer Verband das ist aber mitten in der Chemiebrühe das ist das wird doch nichts oh oh ihr hört mich nicht ihr seht mich nicht das stimmt ich hab's ja ja die machen ja gar nichts mehr die Bobbys oder? nur weil ich vorhin auf Entzug war beziehungsweise Überdosis da hat er sich gemeldet hat gesagt so hey Thür sie haben da was sie haben da was das finde ich richtig gruselig diese Boxen kann ich nicht fällen übrigens auch sehr gruselig das Haus finde ich immer noch so ich hab mein Pettet Suit an ne ja mein Pettet mein genähten Honig gib mir den Honig der gute Honig hehehe ich hab meinen Honig bestochen aber glücklich ne da will ich nicht das gute Heilzeug für nehmen siehst du grad die Geschichte von den drei Bären mit Drogen jetzt seht doch gleich alles im Wunderland auf LSD das heißt ja auch Lucy in the sky with Diamonds mach mal selbst jemand glaubt du Vogel ich kann doch hier länger sprinten oder? ich bringe jetzt den Ausdauer verbraucht beim Sprint hin aber das ist halt wieder hä? war da? ich dachte da war Joy drin jetzt ok und hier ist ein Chemiesatz dann ist es im Haus oder? ja muss im Haus sein ach so der na das Baumhaus ich hab immer dazu neue Händler aufgetaucht das wäre richtig mega Wunder Moment kann ich die überhaupt ich warte mal welche dich herstellen die antiseptischen? ne kann ich leider doch kann ich was mach ich denn? ich geh doch gleich zu dem Zip zurück was soll das? was soll los? kann ich doch machen wo ich jetzt nämlich den ganzen Weg latsche ich hab gedacht die bräuchte ich am Chemietisch müsste ich die herstellen ja lass mich ich bin verklatscht ich hab so viele Graveyard Keeper gespielt es ist unglaublich wie ich jetzt Sachen hier schon vermische ich hab die ganze Zeit überlegt ich brauch bei Graveyard Keeper gerade Öl und deshalb hab ich mir gedacht wo krieg ich jetzt hier Öl her? und dann oh Moment altes Spiel das ist aber auch ganz anders und deswegen naja aber immer wenn es ums Craften geht da steigere ich mich halt richtig gerne rein richtig gerne und da hat man übrigens einen Ruhestein die gibt es hier leider nicht dass ich mich einfach mal so zurück zum Standort teleportieren kann sieht richtig cool aus das Grün ich find das super nachts dann mach ich das auch noch ein bisschen hier so die billigen oh ich hab ne oh ich muss rote Blümchen pflücken sonst geht der gar nicht so kommt er bitteschön he 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 oh das ist ja wie wie ne ne hm schön ah ist das toll das ist ja wie ein Überraschungseil man weiß nicht welche Krankheit man kriegt Herpes Syphilis kann alles sein vielleicht durch seinen Husten sogar Tuberkulose wenn er die weiter gibt das wäre voll nett man soll ja teilen teilen ist viel schöner wie sind das eigentlich ich glaube man hat hier so glaube ich eine Zahl bei dem Teil den Teich säubern das ist ja hätte ich jetzt die Gasmaske auf oder hat Licht rumhusen und bisschen wenig Lebensenergie verlieren aber ich verkauf die Gasmasken lieber die sind viel besser es gibt richtig Kohle das wars schon in kalt stellen schau ein Freund von meinem hat ein schönes was mit dem blöden Rock und ich dir etwas du kannst sie haben welcher blöden Rock nicht der blöden Rock der blöden Rock der wo die Raten du kannst es nicht missen du kannst es von 50 m entfernen und es hat Blut und Fliege ist blöden Rock wisst ihr ja im britischen ist bloody auch so eine sowas wie fuck beispielsweise bei den Amis da ist der blutige Fels gut ich weiß halt nicht ob dort noch man hat ja auch so wenig Weitsicht weil man halt wirklich immer so ein bisschen auf einer Ebene klebt und wenn man mal wirklich sich vertikal in andere Höhen begibt ist halt etwas schwierig dann ne waaat 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 hey Koppel ich hab ich hab dir nichts getan ja ich hab nur den Mülleimer gesucht da hab ich ihm nicht mein mein äh Tittenheftchen liegen lassen oh verstehst du nein so geil ist das nicht ich hab die Blitzilu leider weggeschmissen bevor ich den einen Artikel gelesen hab jetzt lass mich da mal da ist es wow wow ok dann hat sich das jetzt erledigt mit der Frage ob man die Artikel vorher schon sieht vielleicht habt ihr mir die Comments geschrieben aber jetzt habt ihr es ja auch nochmal selber gesehen für alle oh toll aber es war bestimmt mehr drin das war jetzt nur das Erste was man gesehen hat oder? ja was wollte ich jetzt sagen? ich hab's schon wieder vergessen ähm morgen abends ja das ist halt immer noch derselbe Tag geh ich mal zu Johnny der ist bestimmt jetzt auch noch wach oder? hey Johnny warum hast du kein Gewissen hey Johnny der hat die einfach sterben lassen du bist ein cooler Typ Ralph du bist echt cool hey Ralph du musst die Leute mal da weg holen die sterben da und wenn du die mal langsam wach kriegst och das ist nicht so wichtig ich frag mich halt nur wenn die Leute auf Joy so Arschgeigen sind und Sachen halt einfach vergessen und ignorieren wie sind sie dann halt erst hier drauf wenn sie das nicht mehr haben und vielleicht wütend auf alles und jeden das ist doch scheiße ich weiß eigentlich gar nichts und er hat nur eins also ich kann mir auch nichts ich kann ihm nur eins verkaufen leider ja mach ich ok gut komm dann gehen wir mal zurück eigentlich stehen uns jetzt alle Wege offen oder? ich brauch da noch Bleiche weißt du was ich steig jetzt mal noch in ein Haus ein du ich sag's dir mach wir jetzt mal wir machen mal nacksch wir machen mal nacksch ich hol mir alles was die haben ich sag euch die wollen überall rumgammeln die Bobbys ich sag's andererseits ist es ja auch ganz cool weil diese solchen Opfer die möchte ich hier nachts auch nicht haben das ist auch immer so ein bisschen trügerisch oder? dass da vorne jetzt schon das das grüne Haus steht hört sich gleich an wie gesagt bei den Reichen muss man super vorsichtig sein ich gehe dann leider richtig schnell aber da erwischt wird bin ich noch ein Bärchen? ne alle weg Station Lutz Holm Platz Platz Holm ich meine da muss doch jemand Bleiche im Haus haben oder? Kummianzug ist doch super Leute ich glaube ich nehme sie mal mit dass ihr zufrieden seid Gasmaske ist aber ganz schön schwer dafür weg damit also ganz ehrlich ich muss mir gar keine Bomben bauen und dergleichen es kommt halt immer wieder alles zu mir wenn ich das einfach so aufsammle alles dann habe ich immer wieder viel zu viel Zeug wieder da ok gibt es ja eigentlich ein Waschbecken? klingt grad ein bisschen unschlüssig hm 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 ich kann nichts Neues ne ich muss halt immer mal gucken weil ich verliere echt langsam den Überblick ah Rick die Stunt Ende das ist so gut die explodiert halt leider zum Schluss deswegen ist es nicht ganz so praktikabel für mich weil ich will ja vermeiden Menschen zu töten ich sag nicht dass ich gar keine tötet dafür es ist eh zu spät und das wäre jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so scheinheilig, weil hier hat keiner so den richtigen Namen und die sind alle generisch, das ist halt alles so ein bisschen, ich gebe jetzt so, in der Alpha habe ich echt jeden gekillt, Leute, ich habe jeden getötet, der mich im Haus auch nur ansatzweise irgendwie genervt hat, wenn ich seine Bude ausräumen wollte, ich habe einfach kalt gemacht, weil das hat eh keinen interessiert, ja, und wenn man mal so 10, 15 getötet hat, dann kommen auch keine Bürger mehr, dann schreien sie alle nur noch und dann kann man sich irgendwo verstecken, dann ist gut, die haben es halt, hätten vielleicht auch mit Reputation und so weiter, dass man sich das verdienen muss bei den Leuten, aber das ist, ich glaube ich, so ein System als kleiner Entwickler, eine Kuh, haha, ja, oh, ich will, nein, lass mal, das ist vielleicht eine Überraschung mit der Kuh, oh, ich habe ein Radio, aber es ist ja den ganzen Tag eigentlich nur Happy Musik laufen, oder? Ja, Happy, nicht Hippie, hab da richtig gehört, da, ja, dann gucken wir mal, Warte, ich dachte, die könnte ich ja verwenden, aber ich habe alle Werkbanken übrigens schon aufgerüstet, ne, ja, ja, aber ist ja nicht so wichtig, die kann ich auch im Inventar haben, glaube ich, und wie durch Zauberhand wandert sie dann zur Werkbank, weil ich alle verbessern kann. Gleichschuhe. Der Stoff, der wiegt halt auch nichts, also es ist eigentlich total egal, ob ich den dabei habe oder nicht. Hm. Warte mal. Ach, das ist Chemiesatz, oder? Hätte ich es noch nicht aufgebessert, aber ich habe keinen Chemiesatz zum Aufbessern. So, was brauchen wir dafür halt, dass wir nur gehen, war es, ne? Sofort der Apfel, ist doch gut. Cool. Ich habe wieder Pfeile, 17 Stück. Und wir machen jetzt Bobbys platt. Ne. Ich werde mal ein paar würgen, wenn die mich nerven. Das mache ich auf jeden Fall, weil jetzt kann ich mich ja wehren und muss hier nicht mehr, das bewusstlos schlagen. Warte mal, shit, ich warte noch den Anzug. Hm. Ich will den halt mal ausprobieren, aber ich, ganz ehrlich, wenn da schon gesagt wird, hey, der macht dich so viel verdächtiger, wenn du entdeckt wirst, sind die Leute richtig sauer. Was macht es dann für einen Sinn, das Teil zu nutzen, oder? Ich sehe halt aus wie ein Franzose jetzt. So ein schlechter Bauchredner. Oder ne, warte, was soll ich da? Sieht es halt nicht. Man sieht Arthur leider nie so ganz aus dem Profil. Das ist immer so, die Arme wackeln ein bisschen, ne? Aber immerhin, ich sag ja, ich finde das immer cool, wenn man Körperteile sieht, dann hat man auch so ein besseres Körpergefühl für die Figur. Hm. Hier war ich schon... Wenn man halt die Häuser sehen würde, die man schon mal gehabt hatte. Na komm. Was soll's. Ah, der sieht mich trotzdem, seht ihr? Oh, Tempura. Oh, Moris. Amores. Tempura, Amores. Tempura und Hühnchen. Oui, oui. Ich habe gesehen so aus wie ein verrückter Franzose. Hat die ganze Zeit darüber geredet, wie er geklaut hat bei den Leuten. Na, das war der. Der ist jetzt weg. Der verrückte Franzose. Ich brauche dieses Multitool. Wo gebe ich das denn jetzt her? Dieses Multifunktionswerkzeug. Ihr erinnert euch vielleicht, das habe ich ja jetzt öfter an so Türen gesehen. Aber ich habe, oder Fallen zum Beispiel. Diese Sprengfallen mit den Schnüren, diese Stolperfallen, die kann ich leider nicht entschärfen. Dafür brauche ich dieses, für meine zweite Multitool. Und das hier. Mann, die steht direkt davor, ha. Ja, ja. Bin ich gar nicht mit, ne? Bin schon draußen. Auf meiner Ecke zumindest, wo ich war. Hihi. Ja, ja. Essig. Okay. Ich schlafe nie vielleicht auch mal. Ist das jetzt draußen, oder? Weiß ich doch. Erlaubt das Betreten. Da bin ich mir schon sicher. Außen, ne? Bitte. Don't cook with, äh, nicht wieder mit Sägemehl. Hm. Zuckersack ist das denn? Ja. Wer es nicht weiß, die haben früher die Suppen zum Beispiel mit Sägemehl gestreckt. Ist halt nicht geil, hat aber einen Bauch voll gemacht. Aber trotzdem, es ist halt eine ganz, ganz dumme Idee eigentlich, sowas zu machen. Ganz keine Sägespäne essen, Mann. Oh, Leute, ich war hier schon mal. Oder vielleicht auch nicht. Ich war hier noch nicht. Ich hab gedacht, ich wäre schon mal da gewesen. Oh, es waren zwei Gummi-Enten. Ich hab so gut zugegriffen, dass ich gleich zwei draus gemacht hab. Oh, oh. Der ist eben nicht gelaufen. Schön, die Schleichschuhe an. Ja, ja, ja. Das Kissen liegen lassen auf ihr. Da geht's bestimmt gut nächsten Morgen. Wie sie guckt. Oh Gott. Oh, oh. Das dürfte ja eigentlich nicht auffallen, wenn die reinkommen und sehen, dass die da schläft. Dann haben die da einen Verdacht vielleicht oder? Nee, eigentlich nicht. Die Dinger haben immer drei Stockwerke übrigens. Die Häuser. Reichen Häuser hier. Ja, genau. Riechen Sie mal. Was ist das? Chloroform. Ich weiß, der Witz, der ist... Ich find ihn immer super. Hm. Ist da eine drin, oder? Nee, abspielen. Das war's schon wieder. Ach, Kinder. Ich brauch doch unbedingt Bleiche oder Chlor halt, ne? Nee, Bleiche war's. Nicht Chlor. Oh, hier sind safe. Das ist auch was wert. Schlaff mal schön, ja? Sovereign, kurzschließende Betäubungspfeile. Okay. Und Freiheit. Aua. Ja, dann... Ach komm, ich überziehen ein bisschen. Ihr wollt ja längere Parts, habt ihr gesagt, ne? Oh, kein Problem damit. Hallo, Herr Constable. Der macht mir nix. Ich bin ne neuer Alleinunterhalter hier in der Stadt. Ich mach Faxen. Und Briefe schreib ich auch. Alter, das wird ja mit Stachelziegeln auf den armen Kerl geworfen. Das war... Ich glaub auch nicht mehr, dass er noch lebt, ehrlich gesagt, oder? Ich meine, diese Stachelziegel kann man ganz schön gut verkaufen, oder? Jetzt kommt bitte nicht einer und erzähl mir, woher die darfst du nicht verkaufen? Die musst du als Waffe nehmen, weil die sind so toll und gut. Das mach ich eh nicht. Ich verkauf die, weil die geben Geld. Für ne Wurfwaffe, glaub ich, ich glaub 10 oder was war das? 8? Ist kein schöner Tag. Hm. Oder 1? Oder 1? Fühlst du nicht die Jever-Werbung? Ein schöner Tag. Ach, hier war das. Was ist das? Betreibe das Blabla und setz dein glückliches Gesicht auf. Ja, man muss ja auch nicht denken. Man muss einfach nur glücklich sein. Ha. Einfach nicht denken. Hihi. Und alles ist gut. Was? Ne Feder. Die Feder sind, glaub ich, auch nur für die Pfeile da, oder? Obwohl das ja totaler Quatsch ist, weil das so nicht so Plastik. Darts. Der Metallspitze. Warum braucht man da eine Fee dafür? Hm. Was ist das hier für ein Haus? Ach, das ist ein Wohnhaus. Das ist okay. Da ist jemand nach dem Essen. Ich komm grad hinter. Die Küche. Komm mal zum Naschen. Gute Frau. Ach, sie sind so ahnungslos. Aber ich will ihr nicht wehtun. Was ich auch mal gemacht habe, das ist richtig gut. Das funktioniert sogar. Man kann die Leute einfach rauslocken mit Geräuschen. Geht rein. Versperrt von innen die Tür. Soll ich mal machen? Ich hab die Glasflasche geworfen. Ja, iss. Komm her. Komm her, komm her. Oh. Ah, sie ist zu nah. Ich muss sie leider ausschalten. Einfach schweben, schweben. Ach nee, das war was anderes. Schlafen, schlafen. Bei Peter. Mhm. Ist leider auch nicht das, was ich will. Obwohl es Richtung Chemie geht. Das, was ich eigentlich haben möchte und was ich suche. Was für eine Bonzenbude hier. Guck mal, die haben sogar noch extra eine Putzkammer. Ich muss sagen, ist da eine Leiche drin. Oft sagt sie jetzt eigentlich schon, dass sie nach Hause gehen sollte. Oh. Die Laberlampe. Die labert. Oh, oh. Ich will gerade ein paar Türen aufgehen. Mist, Mist, Mist. Die machen auch immer den ganzen Tag das Licht an hier. Da macht keiner das Licht aus abends. Ist euch jetzt aufgefallen? Die bewohnten Häuser, die haben wirklich 24-7 Festbeleuchtung. Ich glaube, ich gehe den Diensteingang hier hoch. Okay, ich habe eigentlich gedacht, ich sehe die Spuren früher, aber es ist leider nicht der Fall, ha? Oh Gott. Ich kann schnell nach Hause laufen. Wow. Es kann jetzt aber nicht sein, dass es wegen dem Anzug ist, dass sie mich nicht erkannt hat, oder? Ich habe wirklich direkt vor ihr gestanden im Schatten. Ich meine, das war nicht mal wirklich Schatten, das war so... Oh, oh. Ja, geh mal kacken. Nein. Lady, ich muss mal ganz kurz... Was für die Schaufel, Herrfrau. Ich habe immer wieder lieb, ich bin der Mann mit dem Regenschirm aus der Dusche. Aua. Oh. Oh, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Die machen ein bisschen Stress. Oh, was habe ich jetzt mit ihr gemacht? Pats, pats. Sorry. In die Fratz. Sorry, but no sorry. Ich meine, ich muss... Ja, ich muss doch auch gucken, wo ich bleibe, ja? Ich meine, ihr lebt in so schönen Häusern und... Ach ja. Was wäre die Welt, wenn es kein Neid gäbe? Ich muss doch. Ich muss doch einfach. Besteht das nicht? Okay, die Handschuhe sind cool. Wenn jemand fragt, ich bin ein Rennfahrer, wisst ihr Bescheid, ne? Ich bin kein Einbrecher. Schau, was machen Sie mir die Handschuhe? Ja, ich fahre Sportwagen. Das sieht cool aus. Ah, gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Hier rumliegt. Oh, da war der Joy-Pille. Das ist ja das erste Mal, ich Joy hier so frei rumliegen sehe. Der ist bestimmt aus dem ganzen Haus angerannt gekommen und ich habe sie alle weggeschlagen. Weggeschlagen. Aber dafür haben sie keine Alarmanlagen gehabt. Das ist schon ein bisschen... Beste. Aula, ich bin so schwer. Na? Wie sieht diese scheiß Kiste aus jetzt? Kinder. Warum wächst auch nicht auf den Bäumen? Müsste mal dran denken. Das ist immer so widerlich fröhlich, hört das? Diese Pfeife. Oh Gott, ist das widerlich. Warum hätte ich wenigstens gute Musik so ein bisschen... Was ist nicht so... Was rockiges, Metal. So, die Richtung, ne? Weil ich habe jetzt glaube ich nicht ein einziges... Fleischmittel gefunden, oder? Und ich muss bald schon Feierabend machen. Das ist schon 5 Uhr. Es wird Zeit, dass ich meiner normalen Arbeit nachgehe. Leute auf der Straße verprügeln. Nein, natürlich nicht. Nichts hier. Nichts, nicht, nichts. Na gut, aber ich mache jetzt schon mal Schluss, Leute. Ich werde noch ins letzte Haus gehen und werde euch dann natürlich leisig darüber berichten, ob ich was gefunden habe. Habe ich denn jetzt... Ne, warte, ich komme mal ganz kurz. Bevor ich jetzt dünn... Scheiß erzähle. Essig. Ne, das ist es nicht. Ah. Man kann auch mit... Man kann ja auch mit Gleich... Äh, mit Bleichmitteln mischen, um... Klot zu erhalten. Ich pfeife schon auf der Logokina. Ich muss was... Trinken jetzt erstmal. Gut, danke fürs Zusehen, Leute. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da auf die Folge. Wäre sehr schön von euch. Und, äh... Ja. Ansonsten gibt es vielleicht auch noch ein paar Sachen zu sagen. Weiß nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Gibt es auch coole Gimmicks, die man zeigen kann. So Easter Eggs. Ich finde es ja ganz nett, wenn man sich hier umguckt. Und findet immer so Kleinigkeiten. Wirklich so ganz kleine Sachen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Aber die sind dann immer so ein bisschen Blickfang. Und die haben halt auch ein bisschen mit Liebe daran gearbeitet. Das meine ich da... Das merkt man einfach. Gut, Leute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.